maximum 500 maximum okay also er würde ich jetzt erst mal ich gebe ich habe jetzt glaube ich tausend selber reingesetz ich weiß nicht wieder wie lange es braucht naja gut machen wir noch ein paar xp so lange aufgewertet ja er wertet wieder diesen scheiß aufgang auf und keiner kann daher wieder irgendwas was du mit seinen scheiß beteil ich will nicht jetzt noch mal alles zusammen kracht ich habe noch gar nichts davon müssen ich habe ein schermschau gegessen jetzt richtig gut kann ja kann ich nur empfehlen deswegen habe ich mich gewundert dass alles schon alles geht das sind ja es war ja nur dann kann ich hätte noch was essen vielleicht unten rechts das habe ich aber auch erst nicht erkannt aber jetzt habe ich auch vier ja genau wie gesagt okay geladen aber wie viel hast du schon da habe ich nix 200 ich habe da kaum recht und 70 feine da ist okay ist okay wenn ich wenn du sagst du hast andere sachen zu tun dann mach erst ja nein nein ich habe was jetzt andere sachen zu tun wir suchen nach tieren aber das bietet halt nicht so viel an tieren her wir haben jetzt zwei wölfe gekillt haben jetzt ein bisschen fleisch können auf dem weg nach hause noch mal gucken ob wir noch ein paar tiere finden haben wir irgendwo ein hammer oben zufällig ja das ist ein hammer oben ich hätte heute nicht aussehen sollen ich ja ach so hier ich wollte gerade sagen ich habe hier eine dreier schaufel wieso bin ich jetzt schon wieder mit dem problem wo ist denn jetzt schon wieder ein zombie tiere 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 so ein paar mehr tiere werden doch krass mein gott ja sieht leicht danach aus oder sollte mir die todeszahl heute auf jeden fall merken wieso willst du den rang ablaufen oder ich glaube das habe ich schon langsam ja ich bin schon nah dran ich bin auch schon bei acht ton das war schon heavy das counter unterm rechten inventar platz sie ist permanent also ich habe jetzt wörter kontrast immer in tode aber ich bin besser als mucki den hammer oben haben wir gesagt ja ich glaube schon ja dann rechts mit rechts habe ich reingesetzt links gürtelplatz nummer 1 das ist die level anzeige wenn ich ihm über das hier liegen müssen ansonsten habe ich nichts geändert der war perfekt abgepasst super hinterlies mittelvergiftung jetzt brauche ich doch noch was machst du denn sowas wieso auch nö roxy hast du den hammer genommen haben das war mein rucksack roxy hast du den hammer ja ist klar alles gut hat er nicht danke katholins du meinst du meinst du meinst aber diesen bauhammer ja aber guck mal was denn sonst wenn hier einer hammer ist dann bin ich dann bin ich jetzt nur wer ist mit ich habe ein tier gefunden ist aber ein hase es geht ja wo es ist immer noch die beste und gesunde bist du ehrlich jetzt na kommt drauf an was in der nähe ist holz verdammt da ist nichts das ist nichts außer den haus und jetzt bin ich ja stimmlich wieder da der mann ohne eier hat der hammer der mann ohne eier hat so ein food poisoning haben die ganzen dosen haben 5 ist auf flammen mit den surveyes kann man immer noch ein bisschen was retten ich fand das eher weniger lustig der kommt jetzt aber mehr auf die straße 45 minuten später ist der heißer stopp ich bin jetzt wieder der mann mit den eiern ich brauche holz verdammt wie viel willst du denn schon wieder haben wo ist er denn jetzt auf diesen kleinen hasen zu schießen jetzt habe ich ausgehalten bekommt ja wo ist er denn hinterher hat den zombie weglocken ist es kommt der rucksack mehr 60 holz das reicht schon wenn sie gerade auch nicht sagen wir erst mal was du brauchst der muss doch hier das hasen sie für eine patronen aushalt hätte ich nicht gedacht also clay müsste ich jetzt gleich erstmal noch mal gucken ja der war in der garage so zweite siebener personen ja 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 so viel clay brauche ich nicht mehr es dauert ganz schön lange mit dem einschmelzen komm hasi hasi lang so überlege ich mir reichen mir 300 clay ja würden erstmal völlig ausreichen ich kann jetzt noch mal 200 raus was brauchst du als nächstes ressourcentechnisch also ich erstmal gar nix ok jetzt fühle ich mich unwohl jetzt habe ich drei am sack im moment tatsächlich erstmal gar nix ganz ehrlich sagen erstmal ich muss dann nicht vorbeilaufen kriegst du den ersten der guckt mich ganz blöde an und er ist tot er ist tot alles klar kurz wechseln was uns noch interessant wäre wäre vielleicht gläser und ähm Asipupsi das war nett mit dir nicht gut Essensvergiftung ist mir jetzt auch egal was gläser so gläser du bist level 4 oder ja welches du brauchst um die forges zu leveln äh spieler level 20 ich brauch ein bisschen mehr stamina einfach das ist mein problem grad hier ne bist du nicht intellect 4 ja aber du brauchst trotzdem spieler level 20 glaube ich das ist mir nervig ne level 10 brauchst du ok bookie ja forge level 10 oder 20 level 10 steht drin level 10 ah ok 20 20 war es mal wir können ein paar gläser herstellen forge haben wir jetzt nicht mehr leveln das schaffe ich nicht ich habe keine points es war mal auf 20 aber sie haben es auf 10 runter geholt ich brauche Eier ich brauche Eier ich brauche noch mehr Eier ich habe nur ein Stück dabei ok äh ja gibst du mir ein paar von deinen Eiern willst du ein paar von meinen Eiern haben du Monster der arme Hase aber aber der Hase Randale aber aber der hat Brause angegriffen sag es einfach so Aldo hat das arme Flauschihasiput gemacht ja aber der wollte Brausihasiput machen ok ich glaube Hase sind auch gerade das einzige was hier rumläuft oder naja nicht mehr glaube ich ähm wer hat 9 Eier? schwierig äh ja Brause Brausihasi alter ja inzwischen habe ich 15 jetzt hat er schon 15 Eier Brausihasi weißt du das ist mein neuer Name bei Tinder oder was unglaublich oh Brausihasi was ist denn das für ein komisches Zeichen oh Dämmschau da Zombiehasi habe ich hier glaube ich ja wir machen kaputt Tinder nennt man auch auf 9 Deutsch Reste Punkt 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 so ich weiß ja nicht wer das Essen anstellen kann aber ich hab jetzt 63 Wildbrett lege ich hier rein ja ich komm vorbei mach mal mach mal gleich ich komm auch danach nach Haus ist ja gut ist ja gut wer hat die Tür grad von meiner Nase zugeklatscht grüße an den Ehrenkopf ja alles andere ja grüße von Bräuwolferköchen ich glaube wir bräuchten hier noch ein paar Spikes ne so das kann das kann wir haben aber nicht genug wir haben nicht genug Eier wir haben nicht genug Eier wir haben nicht genug Eier er hat noch Eier er hat noch Eier er hat bestimmt 18 Eier oder sowas oder 13 oder 12 Eier in irgendeine Kiste er so in die Richtung geht es wir haben keine Eier durch ich hab jetzt 19 Eier Brausihasi hat noch Eier ich hab dir meine ganzen Eier gegeben mal Eier für Ayo alles klar ja ja geht bestimmt auch mit dem Huhn oder 6 Männer mit 18 Eier ja so läuft das bei uns wir teilen brüderlich die Eier so läuft das bei uns 6 Männer 18 Eier mit dem Alpen die Puste aus schenken wir die Eier was ist das da aha ok ich snack mir mal gleich eins für den Bakunelax hauptsache Punkte ich wollte grad sagen mir fehlt noch ein drittel Level dann kann ich endlich mein Motherlord nochmal perken Samy vor der Treppe was sag ich oder was irgendwie hier ich bin da wenn Captain da ist dann ist doch alles unter Kontrolle bei mir ist weg rechts war noch ein Kapazen eins oh jetzt kommt ein grüner zwei grüne oh zwei grüne oh scheiße bitte die Holzrahmen einfahren bitte die Holzrahmen einfahren nachdem ich drüben bin danke drei grüne scheiße die machen unsere Spikes kaputt ich hoffe die laufen wenigstens in die Metallspikes rein die Spiegel ja erstes Tod ja noch nicht er ist umgefallen nur ja guck mal die sind da runterfallen die Steine ja gut gestorben der ist weg ne rechts ist auch noch im Leben und einer vor der Treppe direkt der buddelt der macht mich einfach kaputt verdammt keine Moni mehr der grüne ist schon ein dicker grüner Spex der steht schon wieder auf der steht schon wieder auf der steht schon wieder auf oh Spikes krass warum ey 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 das wird mich jetzt abgeschaut zweimal ja 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 überraschend waren die Spikes an der Stelle jetzt aber nicht oder ok wir haben noch einen an der Treppe vorne ja das Geländer dass es da aufhört das war so überraschend ich ziehn rum ich versuch ihn rumzuziehen dass er hier irgendwie ja ich hab letztlich grad selber erledigt ja schön hat er ich hab nicht ganz drauf geachtet dass da das Geländer aufhört ah ok gut so das war jetzt komisch in diesem Fall waren die Katoninchen Magge Glückwunsch das war richtig geil dass die schon um die Zeit da standen so Essenskiste wie siehts denn jetzt aus Spikes haben wir genug oder wie ich brauch nochmal ja Spikes sieht erstmal wirklich sehr sehr gut aus ich brauche nochmal vier Spikes habe ich noch Jop ich brauche nochmal 35 Eier sind jetzt in der Kiste wie viel Holz brauchst du noch circa naja ich brauche auf jeden Fall noch welches um ein paar Spikes eventuell zu reparieren wo die jetzt gerade drin sind also ich sag mal 500 reicht ich habe fast 500 ich habe fast 500 in der Akten schon gedacht ja und ich kann dir auch nochmal 300 geben ja das reicht völlig das geht nur darum dass ich sie eventuell reparieren muss wenn da immer mal irgendwelche Vögel reinlaufen das reicht nicht aufwerten äh where are you ähm hinterm Haus warte ich schmeißt hier knappe gehandert hin ja und danke das reicht erstmal vielen Dank ich bin arbeitslos gib mir Arbeit ähm dann geh mal zur zur Schmiede äh quatsch also zur Schmiede und gucke mal wie weit ähm da wieder was drin ist dass wir nochmal was anstellen können in die Richtung gib mir Arbeit ja okay Katholinchen bis zum nächsten Mal ich wünsche dir Schlumpfige Albträume Schöne Albträume Lass es dir gut gehen, Katholin Hier in Hauran hier Was haben wir hier denn überhaupt? Jo, Katholinten Wünsche auch noch einen schönen Abend Ich hoffe, dass ich heute einen Rekord aufgestellt habe für die A17 Dass es ab nächster Woche dann besser läuft Das kann ja nicht schlimmer werden eigentlich Also 47 248, herzlich willkommen Insgesamt sind noch 200 in Arbeit Und 69 sind fertig Sehr schön Sehr, sehr gut Und ein bisschen was läuft noch durch Weil ich hatte jetzt Für die Nacht über Das war ein bisschen was für die Nacht noch haben Was durchläuft, dass ich Es sind jetzt gerade 1000 Clay Und 1000 Raw Iron In dem Einschmelz-Slot Ich will denn hier picknicken während der Horden noch Das ist mein Stuhl Plus der andere Stuhl ist jeweils für denjenigen, den ich interviewe Ah, Casting-Porn Casting 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 für's PvP Ich glaube, den perke ich auch noch als nächstes Also ich bringe nochmal 84 Eisen vorbei Und Ich dachte 84 Zombies Kein Problem Bist du noch nicht auf die Nöchle gestorben? Wenn du möchtest Was mache ich die restliche Zeit bis 19 Uhr? Drei Casino Tokens Hier, supi Lohnt sich ja sowas Captain hinter dir Eisen Warte, ein paar lasse ich mir da Zum Tools aufwerten Ja, danke Die Bäume noch bis zum Tag 7 stehen lassen Und dann abpacken Oder willst du es jetzt noch weg haben? Ich kann ja noch ein paar Holz holen Oh scheiße, der glüht Wie der glüht Weich, glaube ich, oder? Ja, dann lass mir sie noch wachsen Ich komme noch ein bisschen mehr raus Drei Hunderter Hä? Oh Was noch? Muss gecastet werden? Nein, das muss nicht zwingend Und Dine, dir auch einen schönen Abend Wenn wir jetzt gerade gehen, dann wünsche ich dir natürlich auch einen schönen Abend Tschüssi Ich habe rechts nochmal ein paar Spikes hingelegt Hast du eine Schaufel dabei, Proxy? Ähm Du hast rechts nochmal Spikes hingelegt? Ja Vor die Veranda hier, da war eine Lücke Ja, du mal noch die drei Gräber hier raus Ach ja Leer 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 Ja, toll Schaufel runter Aber Stein hast du Ja, ja Hey, Großer Oh ja, das gibt's doch nicht Weil irgendjemand beim Händler hat noch irgendjemanden Coins einstecken? Äh, ich habe noch 150 Angrustpfeiler habe ich jetzt noch gefunden Okay Bist du am nächsten Tag nochmal beim Händler vorbei oder so? Ja Okay Ja, ihr könntet mir auch, wenn ihr irgendwas zu verkaufen habt Weil ich habe da einen Skillpunkt drin Komm mal nach Hause Dass ich jetzt besser verkauft kriege Oh Ich müsste mal gucken, was wir verkaufen können Hat getan weh? Tut mir leid Ach ja Okay Haben den Sammy getötet Ja Ich habe 96 Ich habe nur 96 Äh, Fragments und ich bin jetzt einmal rum Auha Das sah schmerzvoll aus für den Sammy Das tut mir leid Äh Das ist ein Geräusch War doch so ein dicker Ähm, ich glaube, wir bräuchten vielleicht noch ein bisschen, äh, Stacheldraht Ich bin dabei Das wird eng Das wird richtig eng sein Ich bin dabei, es zu machen Nee, ich meine, ich meine mit unseren Spikes Oh, ich habe eine Schlange hier Das ist durch Äh, die sind noch 27 Eier Und 56 ist gleich Wir machen da weg mit Ex-Band Flange ist tot Ups Ich habe nur gerade einen Samen besucht Der der tot ist Ich könnte auch Was ist mit mir? Bacon und Ex Ja, ich kann gleich welche herstellen Ich bin so gut wie in der Base Ach Gott Also Quests Arme, weischbar Brause, ich leg mal alles in dieses, äh, in den Aktenschrank rein, was halbwegs einen Wert hat Okay La 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 Ich krieg 500, 600, solltest du rauskriegen können Okay Und wir haben noch Waffen, die wir auch weg könnten eigentlich Also elfmal Bacon und Ex ist angestellt Sehr schön Das hört sich doch gut an Damit kommen wir doch noch über den Tag, oder? Dann gehe ich noch etwas buddeln Wird mal, aber Wird mal, wo den zu denn schön ist Perky jetzt mal, was perky ich denn jetzt hier Wo war das, was für ein Browser, was für ein Ding war das, stay down, oder was? Was denn, wofür? Nee, Hedge, Hedgehot, ne? Boom, Hedgehot, genau Boom, Hedgehot Aber er ist ab Stufe 3, ich würde dir in die Köpfe Echt? Scheiße Ich krieg nur den ersten Ich krieg nur den ersten Ich krieg auch noch Ich krieg nur den ersten Gut, aber Alter, was der für noch rüber ist Einer ist gar nichts 700 700 700 700 sollte es ergeben So nennt sich das, Mairi Das nennt sich Die Hardcore Oder Die Hard, oder wie du es möchtest Aber es ist kein Event Nein, nein, es ist kein Event Es ist eher wie eine Serie, so wie GZSZ, weißt du? Die kommt einfach nur vor und Würde das bei uns nur schliessen Genau Nein, hier ist doch alles Vanilla Wood Gute Zombies, schlechte Spiele Oh, das notiere ich mir wieder für den 6 und 2 bis den ersten 300 Also echt schlecht meinst du? Also es macht hier ne Menge Fun Weil der Mucki und der Aldo, die ändern hier gerne die Dateien so ein bisschen um Das ist alles Vanilla Ja, das ist ja Vanilla Kennst du ja aus der Vanilla, wenn ich so ein Canickel mal eben bohnte 300, okay, alles am nächsten Tag Das ist ja in der Vanilla auch so Das ist normal Ja, das ist vollkommen normal 300, jo, weiß gar nicht was ihr habt War das Intensiv in den Schatten? Weißt du, irgendwann überlegen sich die beiden noch mal einen Bären Machen sie dann so wie ein Hasen Du denkst dann so, oh scheiße, ein Bär, ich muss weg, ich muss weg, weißt du? Und dann müsstest du ihn nur anschießen Und er gibt um Aber traut sich keiner bei Daya da einen Bären anzuschießen, glaube ich Und so ein Teddybär für Nacht, oder? Haben die Aldo, die gehen immer auf Bärenjagd, die geben gut Fleisch Ja Ja Das stimmt So, die Bären, die solltest du, wenn du ihn siehst, schon jagen Machen Wie kannst du sowas verpassen? Bitte Ja, der Bär ist auch super, da haben drei Leute was zum Knochen Ach, das ist ja gar nicht unser Haus, wort man sagen, ey Das habe ich mich im Haar ausvertan, ey Ja, das habe ich auch schon geschafft Ja, vor allem, ich gucke da so rein Wollt gerade sagen, wir haben einen grünleuchtenden unten drin, aber nee, war ja nicht unser Haus So, mein OBS ist gerade am Knochen Schön Okay Kurz, kurz wirst gucken, bin sofort wieder da Ohne Vorwarnung Lecker Baut doch einen Dino ein Das wäre auch ne Idee Ein Dino Ein Dremmer, schwarzer Kater Ein Dino Ja, wartet nur ab, bis die Besprechung mit dem Ahnen fertig ist Das wird etwas schwerer Ich würde dir ja gerne die Pfeils sagen, aber du gehst ja nicht auf, wenn man dich in Steam anschreibt, Mucki Ich dachte, in den Aktenschrank sollten nur die ganz wichtigen Sachen rein Ja Bitte was, wer schreibt wo? Ich habe dich in Steam öfters angeschrieben Achso Weil Ahn, Ahn, Ahn und ich und Besprechung und so Ich war die Woche kaum online Im Falkkabinett sind Sachen für den Händlerverkauf Ja Ihr könnt doch nicht immer was ändern Das ist gerade die einzige gießige Leerbar So, ich habe nochmal 3 Schuss 762 Du hast Vorsicht, dein Woodframe Das sind doch wichtige Passt auf Er ist gefährlich und wild Warte mal, wo hat es das reingetan, Mucki? Hier, neben mir Falkkabinett links hinter den Stühlen Ähm Hinter den Stühlen Hoppala Ich wollte gerade sagen, ich gucke sofort links oben Wem was abgezogen wurde Eure Wolke hat sich da alles rausgeholt Boah, das sehe ich schon wieder nicht in seiner Ah, da ist Messing Autokühler und sowas In Taschenland Tamax Hi Bei mir hat es knapp über 700 ergeben Wenn du Barter gedealt hast, dann kriegst du ein bisschen mehr raus Also ich habe nur für die Werkzeugkiste kriege ich 400 Zeig damit zumindest an Ich weiß ja nicht, ob das Ich weiß nicht, was hier los ist Ja, da hatte ich 200 Also willst du auf jeden Fall mehr rauskriegen Ja Äh, den Sand soll ich verkaufen Wer bringt Massig auch schon Ich glaube für den letzten Tag brauchen wir nicht mehr so viele Äh, okay Ich habe gerade eine Challenge aufgenommen Ist mein Follower eingesteckt Echt? Dann zeigt er den aber noch nicht an Aber dann kommt er ja nicht Apropos Follows Du bringst mich auf das Tomahawks Ähm Letzten Abend habe ich drei Follows reingekriegt Ich bedanke mich mal bei Funhazing Corp Lexi und Thorsten FFM 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 Ähm Ich denke der von Tomahawks kommt gleich Du musst über dir holen Äh, Aldo hat die Mütze von mir Beziehungsweise wir haben sie nochmal hier glaube ich in der Kiste Äh Warum sitze ich jetzt nicht mehr oben? Achja stimmt, da war ja was So Wer ist denn hier? Ah, Ayo ist mein erster Gast, ne? Ach, Minute vier, alles klar Schaue ich mich gleich mal an Okay, ja, sorry Hab ich Ayo Warum schauen sie mich so böse an? Also Hilfe, ich habe Angst Sie, ich habe gehört Ja, jetzt haut er ab Okay, dann Gibt's halt kein Interview Gibt's halt kein Interview Ja Okay, jetzt bin ich wieder da Und werde hier auch mal kurz stumm machen Schaue mich böse an Ich gehe lieber raus zu den Zombies Das ist mir sicher Okay Okay Ich hätte mich jetzt für dich ausgezogen Aber Ja, dann nicht Ich gehe lieber Holz hacken Hilfe Jetzt geht der Holz hacken Ja Tschüss Karaho, heil dich mal Ja Aber wir haben wieder Nacht, ne? Da könnte man ja noch mal was machen So Dann Machen wir mal gerade Die Töne aus Da sind zwei auf der Straße Das ist der Formtruck, gell? Juna ist gestorben Das erste Opfer beim PvP-Event Treffer Tot So Sniper Sniper-Shots Ich wurde aber auch erwischt Ich habe auch nur noch vier Einmal Auf Dann gehen wir ruhig zur Base Auf Dann gehen wir ruhig zur Base auf Oh toll Mist Wie hat er das denn? Hast du mich? Ja 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 Ich habe das Ja Ja Ich habe das Stoffplätzen Und irgendwas anderes Passend zur Hörte Kommt er zurück Hallihallo Ist auch so ein Movement Du Boote Was Mairi? Du sollst all du sein Schlafsack verstecken Dann kannst du behaupten Oh Das klappt Dann kannst du behaupten Sie kann bei dir schlafen Damit das auch warm wird Ja Komm Wieder da Nee Ach, der ist tot Also ich sage mal Ich bin ja sicher Dass wir das überleben Nur nicht auf den Haus Das kann ich erstmal Weitschuss drin machen Gott sei Dank hat ich Gott sei Dank hat ich Keine Cam gehabt Aber irgendwie hätte Wir hätten sehen können Angst Wie viel Angst ich habe Ach komm Die ist tot Da unten an den Spikes Die ist tot? Ja Die berichtete Gerade Tropft die gerade Schweiß von der Stirn Ja Die Grattenschwester ist auch tot Nicht wenig Ihr macht das mit den Ihr macht das schon mit dem Zweiten Auf einen rauchen Okay Bin sofort wieder da Leute Schubst die Runde Als Kalonenfutter Schnell Warte Die haben die Hasen getötet Zieh mal hinterher Aber mit der Schrotze Ne? Ja genau Mit der Schrotze Ja, Schrotze ist ja langweilig Aldo, was hast du für Nachtgeschwindigkeit eingestellt? Run oder Sprint? Äh 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 Ja Es sieht eine Stufe langsamer aus als früher Find ich Das ist Es ist Äh Glaube ich Die vorletzte Stufe Ja Hallöchen Frau Krümel Ich wusste ja auch noch nicht Wie die Einstellungen werden Deswegen Ähm Ha Der hat getroffen Ähm Wir hatten noch einen Händler im Schneebium Sagt der vorhin jemand Ja Ähm Kannst du mir den mal scheren? Weil ich würde ungerne den noch abklappern Im äh Wasteland Also ich würde die Äh Was soll ich denn überhaupt einkaufen? Alles Essen Hauptsache Essen würde ich sagen Ja Ich richte mich dann nach der Allgemeinheit Wurde mir leid Ich konnte Schnee leider nur mit einem E schreiben Schnee Ist nicht schlimm War 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 Zu wenig Zeichen Äh Warum Ach da Anderthalb Tage für sieben Leute Wollen wir essen Schnee Koppe Okay Das wäre so in meine Richtung sogar Wo ich mal hin wollte Schnee Ich will Ich wollte mal ein bisschen in den Na ja so südlich Weil wir Ich habe jetzt den Norden Weil da waren wir ja bis zur Grenze Dann sagt er Ja okay Im Osten will ich nicht Da ist Wasteland Auch wenn es sich jetzt so verkehrt anhört Bitte alle aussichten Ich darf das sagen Ich komme im Osten Das ist Wasteland Ja okay Im Osten ist Wasteland Im Osten ist Wasteland Da können wir keine Bananen sammeln Ja das ist okay Das kannst du sagen Und vielleicht Vielleicht finden wir im Süden Den eingehüllten Bayern Wer weiß das schon Oh Ich wollte bis eben sagen Ich komme gleich mit Aber Das könnte jetzt Nee Schwierig Hat noch jemand Frische Eier einstecken Du kannst Also meine sind 32 Jahre alt Also meine sind 32 Jahre alt Klingt genauso falsch Meine Schleifen etwas überwurmen Oha Ich habe einen großen Sack Weihnachten ist vorbei Ja dann lassen wir das einfach mal Ja dann lassen wir das einfach mal Vielleicht kriegen wir das Eier suchen Ich kann dir da einen Tipp geben Dass die nicht so am Boden schleifen Wirft Käpt'n Brauchst du noch Spikes Der ist nicht da Der ist Seine Sucht befriedigen Wer wollte die 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 Stacheldraht haben Bitte was Der Käpt'n ist sich grad befrieden Ich glaube Den wollte auch Der Käpt'n haben Also ich befriedige mich Immer jetzt Neuerdings Ampiz Der wollte Spitzen Mit Stacheldraht haben Hier oben ist auch noch 762er Stahlmunition Drinnen In der Kiste Also entweder haben mir die Reifhaxe nicht gut getan Oder es passiert mir echt seltsame Dinge Nimmst du besser zum Schluss Ja ne Ich habe eh keine Schusswaffe Außer die Schrotze Und da auch nur Neun Schuss Man sieht Ich habe überhaupt keine Schusswaffe Noch nicht mal die Pistole Gar nichts Ich habe noch 6 für das Haunting Rifle Und dann war es das Wird sich bei 12 für das Haunting Rifle Das wird eine Lektgeile Verwarte Ja Glaube ich auch Ey Ey Wir haben doch nicht mal Eisenpfeile Ne Und ich habe gerade mal Ein paar Stahlpfeile haben wir gefunden Aber selber gemachte Eisen Nicht Nein